überlebt dann verstehe ich aber nicht warum der nicht funke nuckelt das ist natürlich gerade extrem nervtötend ja muss ich mich später mal mit befassen warum der mal wieder nicht funktionieren möchte auch das habe ich auch mit dem soundboard doch das habe ich schon drin und die sound sind alle aber bei mir hat das letzte mal wieder gemeldet wahrscheinlich irgendwie patch oder was weiß ich es geht nicht ich soll mich wieder aktualisieren denken wir wie war jetzt das letzte mal auch meno ok ja da muss die homepage wieder irgendwie mit dem obs manuell neu verbinden und vor allem alles in englisch ja mit dem englisch habe ich an sich so kein problem ich habe einen grundschulabschluss ich hatte in englisch und in der ausbildung sowieso nicht dann sollst du das jetzt hier aus den fingern saugen oder was machen muss du seine spender doch zusammen spende hallo was ist das für eine beleidigung jetzt mal ernsthaft was haben wir am freitag vergessen weiß ich nicht kontrolle klinik anrufen ergebnisse ja dem sagte ich sahne spender und du hast zusammen ja gegen die jägerin ich liebe die jägerin es wollen wir gleich ganz festhalten du hast das wort verdreht wo er recht hat er recht was er hat sahne spender gesagt du sagst samenspender man versteht immer nur das was man verstehen nein das war für aus was ich bin voll unschuldig ja voll fast sehen aus versehen ja genau voll fair außen und sehen so sind wir ja das war voll ins abseits hört auf ihr verwirrt mich total ich kann mich gleich wegen euch nicht mehr auf sachen konzentrieren auf die ich mich konzentrieren sollte das nennt sich ja auch als hirn raus ficken aber okay wir haben noch keine 22 uhr lasso was es so der ist nicht ab 18 doch der ist eigentlich dauerhaft ab 18 doch wer ist denn da arbeiten der benni ich dachte ich leid am ohr hand 2 oh gott wo ist die alte ich höre sie summen du siehst mich nicht du siehst mich nicht du siehst mich nicht du siehst mich nicht boah ich bin am arsch die ist direkt vor mir alter und die sieht mich nicht weil ich mich hier hinter dem ding verstecke ja super wie die hatte ich sie jetzt gerade nicht gehehrt danke gibt er mir die schuld ich will ins kornfeld die sucht euch ja sie hat mich ihr seid alle drei auf einem fleck bitte verteilt euch ja ich würde dich rausholen sobald die hier macht aber ich kann mich einmal wiederbeleben komplett ja ich sehe sie sie läuft hier rum im kornfeld scheiße oh ja bitte intelligenzbolzen ohne witz ey die ist hierher unterwegs lauf lauf lol wenn ich hänge einfach im schrank rum guckst du wie er stirbt ähm okay kann die mal bitte aus der area da weg gehen sie geht dann weg wenn wir uns verteilen würden ich kann mich nicht verteilen wenn sie da rum rennt toll der kackvogel hängt einfach bei mir überm schrank rum oh was das stimmt nicht mit euch ja werde ich jetzt gleich auf risiko gehen müssen vor allem du bist die einzige die noch heilen könnte wir sind alle voll ausgeheilt aber mehr geht nicht ja die sucht mich oh gott die kommt auf mich zu oh gott guck mich in den schrank guck bitte nicht in den schrank die sucht mich die sucht oh gott oh gott die läuft um mich herum vor allem du kannst dich fast vollständig halten suche Hilfe ein der anderen die am boden liegen oder was ich komme sofort zu euch sobald sie hier weg ist okay aber die sucht mich gerade hart sie hat mich ja das war's dann jetzt geistert die um mich herum die haben immer da vorne von mir wegkrabbelt herzlichen glückstrumpf jetzt mal beim hängen hier und die parken ... ja ja ich wüsste in der zweiten phase was willst du was willst du Ich bin jetzt gar nicht tot, Alter. Na, oh, um, na. Nein! Oh, leck mir doch. Alter. Alter. Ja. Sarka tot, Kölner tot, die Ander ist schon kurz vor... tot. Ich guck bei euch mal zu. Was willst du denn da noch zugucken? Ich guck halt da zu! Wie, ich kam noch nicht mal zur Gegenwehrfause. Wenn wir irgendeinen Perk drin haben. Das war ne kurze Runde. Nein, nein, wenn alle tot sind und du hängst da, dann bist du automatisch tot. Ach so, deswegen. War ne Anfängerjägerin. Das tut jetzt schon ein bisschen weh, Na. Eigentlich nicht. Wieso? Man sollte einfach genau das eben nicht machen. Aufeinander sitzen. Das ist der Tod jeder Gruppe. Ich muss immer noch diese blöden... Fünf... Ein bisschen. So schnell geht's. Du? Aber gut. Passiert. Was willst du machen? Nicht sterbe? Ja, das ist das Mindeste, was du hier haben kannst. Aber... Aber... So... Wir nehmen... Voll die Noobs, ey. Wir sind solche Noobs. Und das mit. Das mit. Und ich weiß nicht, wieso. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie hab ich drauf Lust, das da zu nehmen. Ich glaub, ich benutze die Werkzeugkiste jetzt einfach dazu, um die Haken zu präparieren. 180 Sekunden sind so präpariert, das war's. Dann entsteht ein neuer Haken. Willst du mich verarschen? Nein. Das ist nur gut, damit du den weiter auseinander treibst. Das heißt, wenn er einen Haken sucht, dass wir bessere Zeiten haben, um uns aus seinem Griff zu befreien. Hm. Bestes Beispiel, du siehst, du bist in der Nähe von jemandem, der wird gegriffen, ne? Und er rennt zu einem Haken hin. Dann rennst du schnell zum Haken hin, wenn du eine gute Werkzeugkiste hast, machst du den Haken kaputt. Das dauert nämlich nicht lange. Und dann muss er weiter rennen. Okay. Ja, wir gucken nachher nach den Befehlen. Ja, wie gesagt, ähm... Es hat jetzt... Nicht wirklich Prio 1, grad. Nö, nö, hat's auch nicht. Prio 1 ist eigentlich immer Stream, muss laufen. Ja. Seh ich auch so. Der Spice muss fließen. Ja, das muss ich auch noch gucken. Ja. Ich hab mal ein extra Kult, weil zu der damaligen Zeit, naja, Kino. Hm. Ja, naja, ich hab mir über Google Kult, weil Kino war ja so nicht wirklich mit Corona und was weiß ich. Nö. Also wir konnten in unser Kino mit Corona. Du hast halt pro Reihe nur maximal fünf Leute gehabt, aber egal. Ja, die hatten sich hier bei uns sowieso... Okay, bei uns ging es noch, aber in Nürnberg drin, nur mit Test. Und auch selbst die Genesenen, äh, oder Geimpften, nur mit Test. Ja, war bei uns auch so. Aber für manche Filme, äh, ich weiß nicht was so... Ich glaub, wir waren, ich glaub, nur in einem oder zwei Filme während der ganzen Pandemie überhaupt drin. Ja, mich hätte jetzt, wie gesagt, dieser Dune hätte mich interessiert, aber jetzt, wo ich ihn über Google angeschaut hab, okay. Und, äh, James Bond, aber den wollen wir ja gleich holen und das Einzige, was jetzt mal das Problem ist, ist, dass das, dass meine Tochter hier ist. Da lässt sich das ein wenig schlechter realisieren mit voll aufdrehen und schön mittig vom Fernseher sitzen. Ja, gut. Aber, ja, irgendwann geht's schon wieder ins Internat und dann lässt sich das einrichten. Dann ist eher mal mein Problem, dass meine Mutter irgendwann mal darstehen und fragt, ob ich taub bin, aber das mir wurscht. Ja, jetzt fehlt nur noch der andere Spieler, also die Meck-To-Master. Die Meck-O. Meck-O. So, Leute, wenn wir, wenn wir jetzt wieder zusammen spawnen, geht weg von mir. Geht du weg von uns. Hallo? Kann ich doch nix, sag mal, hör mal. Ganz schön frech wieder, ne? Kann ich doch nix dafür. Gegen die Künstlerin. Okay, die haben wir noch nicht. Das ist die mit den Krähen, ne? Das ist die Sturmkrähe. Oh, oh. Nein, hier bleiben. Schaffen wir. Komm. Positiv denken. Wir werden alle sterben. Haltet euch bereit. Ihr seid doof. Die Zeichen sind eindeutig. Wenn man hier mal jetzt Knock-A-Tour erwähnen dürfte, ne? Wir werden alle sterben, weil wir zu dumm sind. Ja, schon klar. Ey, 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 Cover-Lieder müssen angemeldet gehen, hier, ne? Fünf Cent in die Cover-Lied-Kass. Ich kavere überhaupt gar nicht. Zum einen kann ich singen. Und zum anderen... Ja, genau. Ich müsste eigentlich eher an die Krölecke gehen von Meckle. Ich glaub, ich kenn die Band gar nicht. Du krölst einfach nur ins Mikro rein und verstehst die Texte nicht. Nein, wieso? Wieso? Warum Raccoon City, ey? Oh man, das ist mit den Generatoren hier immer total ätzend. Wo sind denn wir jetzt rauskommen? In Raccoon City sind wir. Und wo ist Alice? Ups. Ich wusste noch nicht mal, dass du hinter dem Game-Gen bist, aber als ich das Licht gesehen habe, dass die dumme Fotze hier rumgeistert. Nein. Das war so klar. Entschuldigung. 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 Vielen Dank.